Hallo zusammen, ich bin Nora, ich arbeite im Bau aus Mails als Detail-Handels-Fahrfrau in der Richtung Tuit und heute darf ich euch zeigen, wie mein oder auch dein Alltag hier aussehen könnte. Kommt gleich mit! Für uns ist der Alltag nicht immer gleich. Wir haben sehr abwechselnd aus den richtigen Sachen, wie auch verschiedene Kunden im Alltag, wo wir ihnen weiterhelfen bei ihrem Projekt. Mit unseren Produkten. Wenn du gerne unter vielen Leuten bist und auch ein Teamplayer bist, dann ist hier die Grundausbildung bei uns der richtige Ort für dich. Spezielle Büsse im Bauhaus sind unsere 15 Abteilungen, wo du als Lernende oder Lernende auch mithelfen kannst. Was du als Lernende oder Lernende mitbringen solltest, ist, dass du hilfsbereit bist gegenüber den Kunden. Dass du ruhig beim Arbeiten bist und sie nicht allzu schnell ablenken lässt. Und dass du deine Arbeit selbstständig ausführen kannst. So miteinander haben wir einen Einblick in meinem Alltag bekommen. Und wenn ihr euch das auch in Zukunft für euch vorstellen könnt, diese Lehre zu machen, dann bewerbt ihr euch bei uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.